Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Old MacDonalds had a farm. Ja, ja, ho und damit herzlich willkommen zum Recap der 5. Folge Staffel 4 von The Boys. Wir sind diesmal nicht zwei, wir sind drei Leute am Start und deswegen Moinsen Johannes, Moinsens du. Hallo. Moin Moin. Ich bin immer noch der Andi und wie ihr vielleicht gemerkt habt, sind drei irgendwie einer mehr als beim letzten Mal. Das liegt daran, dass Johannes nämlich auch jemand ist, der die Serie zeitnah guckt. Und weil ihr, liebes Publikum, schon beim letzten Mal die Gelegenheit gehabt habt, quasi zu hören, was wir so von der Serie erhalten, was wir schon geguckt haben. Und wie so unser Einstieg ist. Nein, ich habe dir Bollig, oder wie das heißt, noch nicht nachholen können, steht aber auf der Liste. Fragen wir uns einfach mal den Johannes A. Sieht es denn bei dir aus? The Boys, du und The Boys. Wie intensiv guckst du das seit wann, warum überhaupt und wie findest du es? Ja, ich bin super zufrieden. Wir haben ja die ersten drei Folgen zusammen aufgenommen und ich bin immer noch super begeistert. Die Folge letzte Woche musste ich natürlich auch verarbeiten. Die ging ja doch ganz schön tief und es gab einige Schläge in die Magengrube. Aber in dieser Folge geht es ja auch heiß her. Hast du unser Recap auch schon hören können? Das habe ich natürlich auch gehört. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber ich habe mit Freude mich an das durchaus lange Gespräch gehört. Also ich hatte auch meinen Spaß. So jetzt du, was sagst du, hast du auch irgendwie sowas ähnliches wie Spaß? Ja, vor allem, weil als wir es letzte Woche aufgerechnet haben, war es in meiner Wohnung nicht 45 Grad warm. Und weil mein Ventilator jetzt aus ist, weil ansonsten man die ganze Zeit den Ventilator hören würde, habe ich auch jetzt nicht so viel Energie und möchte mich jetzt schon entschuldigen, falls ich ein bisschen miese-pätrig wirke. Aber alles über 29 Grad ist einfach nicht meine Temperatur. Verstehe. Das gleiche nach vollziehen. Mir nicht anders. Bei der letzten Aufzeichnung, die wir zu einem deutlich späteren Zeitpunkt am Tag gemacht haben, habe ich mir parallel vielleicht das ein oder andere Bier reingezischt. Jetzt ist es noch relativ früh am Tag und ich muss auch ein Auto fahren. Und deswegen bin ich jetzt auf Kiba umgestiegen. Ist auch lecker. Und kam rund aus dem Kühlschrank. Was trinkt ihr so? Vor mir steht eine Wasser-Kaffee-Kombination, die mich jetzt über den Tag retten soll. Und wenn dieses Recap jetzt zu dieser Folge nicht so gut wird, dann liegt es also daran, dass es zu heiß ist und schärflich alkoholisiert war. Ja, das ist möglich. Okay, okay, gut. Für die Zukunft. Okay, schreibt es uns in die Kommentare. Sollen wir wieder saufen? Und dann machen wir es gerne. Johannes, wie stimmst du dich ein auf dieses Recap, auf das ich ja total Bock habe? Ja, Kiba klingt super gut. Ich habe hier leider auch nur ganz unspektakulär eine Flasche Wasser stehen. Na gut, dann steigen wir jetzt ein in die Gefahren des Landlebens, Folge 5. Wir hatten auch verschiedenes Feedback bekommen, unter anderem, dass es wohl auch, sage ich mal, ganz gut ist, dass wir uns, wenn man so will, immer an, jetzt nicht einzelnen Szenen, sondern halt so gesamt nach Charakteren strukturiert ein Stück weit, also Inhalte so ein bisschen bündeln und besprechen. Dabei würde ich auch gern bleiben, die Herren. Und ich denke, unser Publikum weiß es auch zu schätzen. Und ich möchte es echt ganz zu Beginn nur noch mal erwähnen, weil ich zuletzt wieder häufiger viel Prime Video gucke. Wir schauen privat jetzt nämlich immer noch Dr. House nochmal, wie beschissen das einfach ist mit diesen Werbeunterbrechungen. Das ist eine Katastrophe. Also es ist wirklich, es ist ein Unding, möchte ich mal so ganz konkret sagen. Und ich bin noch nicht davon überzeugt, mir jetzt dieses Premium-Dingsbums holen zu wollen. Also ich muss schon sagen, liebes Amazon, da habt ihr euch auf jeden Fall keine Bonuspunkte bei mir abgeholt. Und ich finde es richtig bescheiden, dass ständig diese Werbeunterbrechungen passieren, die mich sehr nerven. Johannes, geht dir das auch so? Ja, ich kann es total nachvollziehen. Es gab jetzt zwei Werbeunterbrechungen in dieser Folge The Boys und das reißt einen schon raus. Das ist schon, also man ist das ja auch überhaupt nicht mehr gewöhnt. Also ich meine, es war ja, das ist auch die Frage, wie jung jetzt das Publikum ist, was hier zum Teil zuhört, ob es überhaupt noch lineares Fernsehen groß mitbekommen hat mit Werbeunterbrechungen. Das war ja mal eine andere Zeit, aber man hat sich dann doch schon krass sehr daran gewöhnt, dass man einfach durchgucken kann und dann kommen immer diese Werbeunterbrechungen. Nee, kein Fan. Also unsere Statistiken sagen, unser Publikum ist 30, 35 plus. Insofern gehen wir davon aus, dass das schon so ist. Ihr kennt es noch, ja. Aber es ist eine Katastrophe. Wir beginnen diese Folge mit etwas, das ich extrem geil fand. Wir sind nämlich auf einer Convention, auf so einer Hall-8-Geschichte. Hall-8, nicht Hall-8. Also ihr kennt ja diese, wie ist das, diese, ist es San Diego, die Comic-Con? San Diego, ja. Da gibt es die Hall-8, ist es glaube ich. Und dort gab es jahrelang und jetzt auch wieder, ich glaube, die haben zeitweise ausgesetzt, da könnt ihr mich gerne eines Besseren berichtigen, gab es da immer die großen Präsentationen von Marvel. Und Marvel ist halt, quasi die haben ihre Trailer vorgestellt, ihre neuen Figuren, ihre Schauspieler und so weiter. Und das war immer ein Riesending, Riesenschlagzeilen gab es im Internet. Und das war natürlich total gut konzertiert alles und hat dann auch den entsprechenden Hype bei vielen Fans generiert. Und jetzt haben wir hier die V52 oder VX52, da habe ich hier widersprüchliche Aussagen. Und kann übrigens gerade mal wieder vorlesen, ich pausiere gerade die Episode, da gibt es ja immer diese spannenden Trivia-Angaben, die ich beim letzten Mal schon erwähnt hatte. Diesmal steht hier, V52 ist Wars Fan Festival. Das erstmals 1952, zwei Jahre nach der Gründung von World American, stattfand. Ja, also völlig absurdes Trivia, dass es so der Form natürlich auch nicht gibt, ist alles fiktiv, aber schon cool. Ja, und dann sind wir auf einer Fan-Expo und ich habe erst mal so ein bisschen gestrahlt. Stu, wie ging es dir, als du das mitgeschnitten hast? Das war natürlich die Szene, auf die wir, glaube ich, jetzt schon seit dem Start dieser Staffel gewartet haben, nämlich dass sie sich ganz explizit wirklich Marvel vornehmen. Und diese Grafik, die man im Hintergrund sieht, wo du halt eben diesen Kalender siehst, was halt alles für Kinofilme aus dem Borduniversum erscheinen, das erinnert mich natürlich, wie alle anderen auch, an diese Marvel-Tabellen, die es halt gibt. Das ist Phase 1, Phase 2, Phase 4, Phase schieß mich tot. Ich muss sagen, ich fand es schon amüsant, aber es ist auch ein recht einfaches Opfer gewesen, wenn man ehrlich ist. Also, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich dachte, sie müssen irgend so was bringen im Laufe dieser Staffel. Gerade eben, weil Marvel ja auch gerade, oder die Marvel Studios ja gerade wieder so ein bisschen strugglen. Und fand das jetzt halt auch ganz amüsant, aber jetzt nicht so mit der Schärfe und der Bissigkeit, die ich mir dann vielleicht doch gewünscht hätte. Letztlich war es dann auch so, es hatte was Pflichtschuldiges. So, hier bitte, hier habt ihr die obligatorische Marvel-Grafik. Phase 9 bis 17 oder so war es, glaube ich, gewesen, lieber Johannes. Wie fandest du es? Ja, mir geht es ähnlich. Also, prinzipiell finde ich das auch gut, dass sie das wieder nochmal sich vornehmen. Aber die Gags waren schon irgendwie relativ erwartbar. Ich meine, es kommt später noch was Richtung Werbung. Das fand ich durchaus cleverer. Aber prinzipiell, das sind ja auch keine neuen Dinge. Also, das hat man ja schon häufiger gesehen, dass man, also wie das auch parodiert wurde, wie es du sagst. Es ist irgendwie relativ offensichtlich. Und das war nicht so clever, finde ich, wie The Boys sonst ist. Und auch wie das inszeniert wurde, diese Werbeimages, die waren ja schon sehr offensichtlich fake. Was ja auch eine Anspielung irgendwie auf die schlechten Effekte von Marvel und Co. sind. Aber, ja, das geht, glaube ich, besser. Ich habe gerade mal pausiert in dieser Übersicht, wo wir Phase 7 bis 10 angezeigt kriegen. Und das ist genauso, wie ihr sagt, gibt es natürlich unfassbar viele Parallelen zu bereits bekannten Superheldenfilmen, die es gibt. Also, ein paar Sachen sehen wir natürlich auch dann im Detail später nochmal in einzelnen Trailern. Aber so ganz cool finde ich eigentlich generell die G-Men. Die G-Men sind, das sieht man schon in der Optik und das ist auch in der Comicvorlage so gewesen. Das sind quasi die X-Men des The Boys Universums. Und die heißen dann auch sowas wie G-Men, Days Past from the Future. Super geil. Okay, oder was habe ich hier noch? Dann dieses Christmas Wish, das könnte so ein Special sein, wie wir das auch kennen, von den Guardians of the Galaxy. Das ist hier mit drin und ich finde es eigentlich, also ich finde es irgendwie putzig. Ein bisschen Multiversum kann ich hier sehen. Was ich halt amüsant fand, war, dass dieser Tech Knight hier jetzt auftaucht, der ja, glaube ich, bei GNV vorher zu sehen war. Und dann auch irgendwie erzählt, dass er so eine Art Batman-Film halt macht, der halt so düster ist, dass es eine zwölf Minuten langes Sequenz gibt, in der nur Dunkelheit herrscht. Das fand ich dann auch sehr amüsant. Das war doch auch so eine Anspielung an den Batman von Matt Reeves, oder? Das ist so, jetzt wird es so ein bisschen düsterer, ernster. Jetzt werden wir erwachsen. Genau. Absolut. Ja, da passiert auch erstmal nicht viel. Ich habe die jetzt nicht alle komplett im Kopf, aber ich denke, im Endeffekt geht es halt darum, dass wir unsere Figuren hier auf der Bühne stehen sehen. Ein Teil der Figuren agiert immer hinter der Bühne. Da wird dann so ein bisschen halt die Handlung vorangetrieben, wenn die in Dialogen stehen. Und ansonsten passiert da nicht so viel, außer, dass wir immer mal so ganz nette Einblicke kriegen in die kommenden, in diesem Universum spielenden Filme und Serien. Also ich persönlich fand es ganz fluffig. Mal gucken, wenn ich so durchspringe oder wenn wir so durchspringen, welche Sachen da noch auf uns zukommen werden. Ich weiß, es ist gerade mal gefühlt zwei Stunden her, als ich es gesehen habe, aber es ist ja auch bei dieser Convention, wo es die für mich im satirischen Bereich beste Szene gab, wo der Dieb da irgendwas vorstellt, so eine Dieb-Fake-Technik, die sich anpasst, an welche Zielgruppe das gewendet ist. Das war aus der Satire oder aus der satirischen Box, die die Beuys bedient, die stärkste Szene in der Folge, fand ich. Oh, wie das Publikum dann so guckt, die People of Color. Genau, People of Color bekommen Pfirsich-Schnaps, wenn du kaukasisch bist, bekommst du irgendwie Bier oder sowas. Also je nachdem, also kurz erklärt, wer es jetzt nicht gesehen hat, warum hört ihr dann zu? Egal. Man sieht eine Szene aus einem Film mit The Dieb. Das wollen ja übrigens auch volles Rohr, ne? Oh, das ist ein Recap, hätte ich es gedacht. Also wir sehen so eine Szene aus so einem The Dieb-Film und The Dieb hält eine Flasche in der Hand und dann wurde halt gesagt, ja, je nachdem, welche Zielgruppe die das ansieht, wechselt diese Flasche. Das heißt, wenn du kaukasisch bist, schweres Wort, hält der eine Bierflasche, wenn du Afroamerikaner bist, hält der aber eine Pfirsich-Schnapsflasche. Und es ist sehr amüsant, wenn du halt siehst, so wie die um The Dieb herum das halt total großartig finden, weil sie natürlich dann neue Märkte erschließen und im Publikum siehst du dann diese paar Afroamerikaner, die denken so, was machen die gerade da? Ja, das war lustig. Aber so die Reihenfolge kriege ich auch nicht mehr hin. Das, wie gesagt, das verstimmt ja auch so ein bisschen. Die Übergänge, das war auch bei der letzten Folge schon so, sind ja ein bisschen schwammig. Falls wir noch über irgendwas drüber stolpern beim Durchseppen, das wir nochmal auseinandernehmen möchten, dann werden wir das selbstverständlich tun. Ich meine, letztlich hast du halt wieder auch drei Pakete oder Blöcke. Du hast einmal den Seven-Block, das ist auf dieser Messe. Dann hast du den Farm-Block und dann hast du den Jui- und seinen Vater-Block. Und zu genau dem kommen wir jetzt nämlich gerade. heute, denn scheinbar hat das mit dem V im Blutkreislauf unseres Juchi Campbell Seniors ganz gut funktioniert. Heißen ja beide Juchi, das macht es mir ein bisschen einfacher. Ich habe ja echt Probleme mit Namen. Ich werde mich versuchen, heute zu konzentrieren. Ich bin der Stu und der andere Töpfelüberleitung ist der Johannes. Sag es, Johannes. Johannes. Sehr schön. Welchen Superhelden spielst du nochmal? Ich. Das machen wir am Ende der Staffel. Welche Superheldenkräfte hätten wir gern? Okay, ich bin Recapt. Ja und erstmal macht Simon Peck doch einen ganz vernünftigen Eindruck, oder Johannes? Total. Ich meine, Simon Peck ist ja einfach ein Schauspieler, der ultra sympathisch ist, der einfach auf so eine quirky Art lustig ist. Und das macht er halt einfach. Also man denkt sofort so, ach ja, jetzt ist ja alles wieder schön. Und es ist ja auch so, dass bis jetzt war der Handlungsstrang ja relativ ernst und relativ geerdet. Die Punchline kommt dann ja später. Aber in dem Moment habe ich auch gedacht, ach, das ist ja auch mal schön, dass man so ein bisschen Normalität erstmal vielleicht sieht in dieser Serie, wo einfach so ein bisschen Familienleben dargestellt wird. Wobei ich sagen muss, jetzt so nach, ja, fast vier Staffeln mit Boys dachte ich mir schon so, nee, nee, das wird so nicht bleiben. Dafür ist es zu gut. Wir kennen die Boys, glaube ich, alle und sind sehr sicher, dass nur was die Normalität in dieser Serie eigentlich nicht existieren kann. Es wird irgendwas Schlimmes passieren. Ich war da auch gespannt, weil wir ja auch erfahren haben, wer ihm das Krampon wie gegeben hat, nämlich seine Ex-Frau. Muss aber auch sagen, ich hatte ja gedacht, vielleicht steht die mit irgendwas in Verbindung. Aber jetzt so nach der Folge hatte ich jetzt wieder das Gefühl, okay, sie hat es ihm einfach nur so gegeben, weil sie es halt getan hat. Ohne jetzt wirklich Hintergedanken. Oder seht ihr das anders? Glaubt ihr, das kommt doch irgendwie ein großer Reveal, was diese Pico betrifft. Ich habe es irgendwie auch erwartet. Es gibt dann die Szene, wo sie ihren alten Verlobungsring auspackt. Da habe ich mir gedacht, ah, das ist er. Das ist irgendwie ein Peilsender oder sowas wie, ich sage mal, Kryptonit oder so. Und wenn er das dann später der Starlight gibt, dann kann man da noch voll was machen und so. Und wir hatten ja in dem letzten Recap auch schon drüber gesprochen, dass da unter Umständen halt noch ein bisschen mehr dahinter steckt. Aber nachdem ich es jetzt gesehen habe, ist es wohl eher nicht der Fall gewesen, sondern man scheint hier einfach die beiden Figuren auszutauschen. Hier wird einfach der Vater durch die Mutter ersetzt, weil die Schauspielerin vermutlich günstiger ist als Simon Peck. Ja, und aus genau dem Grund wird es da jetzt hier einen Wechsel geben innerhalb dieser Episoden mit einem ganz ordentlichen Abgang von Simon Pecks, der auch anders gekommen ist, als ich erwartet hatte. Im letzten Recap hatte ich gemeint, wir sehen hier bestimmt irgendwie einen, keine Ahnung, Luftballons oder Regenbogen oder Herzensschießenden Superhelden, der sonst was für lustige Sachen macht. Aber ganz so lustig ist es ja gar nicht geworden, nimmst du? Ja, und ich habe halt irgendwie gerade mit dem Bereich der Folge echt meine Probleme, weil ich finde, dass so eine Figur wie die von Simon Peck, auch wenn sie jetzt nicht groß war, aber sie war halt für Yui unglaublich wichtig. Und sie versuchen ja wirklich am Ende auch wirklich emotional zu sein, und es ist ja echt tragisch, was da passiert, aber durch das ganze übertriebene Gesplatter, was da vorkommt, hat es für mich nicht funktioniert, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich fand es echt, also traurig, nicht traurig in der Hinsicht, dass wir jetzt sehen, dass eben Yui seinen Vater verliert, sondern dass sie es nicht hinbekommen haben, wirklich da so eine Balance zu finden. Was glaube ich auch damit zusammenhängt, da kommen wir ja später noch zu, diese Folge, es hat vollgestopft mit so wahnsinnigen Sachen, ich sage nur fliegende Killerschafe. Und dann passt halt so eine tragische Komponente, wie jetzt der Tod von Yuis Vater, irgendwie nicht so richtig da rein, deswegen, es tut mir im Herzen weh, aber mich hat es nicht überzeugt, leider nein. Johannes, wie hast du das wahrgenommen, hat es für dich in die Atmosphäre reingepasst oder war es ein Fremdkörper? Ich kann das nachvollziehen, für mich haben die emotionalen Momente dann doch ganz gut funktioniert, aber es ist halt wirklich schon ein extrem krasser Kontrast zu diesen Splatter-Effekten, die schon, also ich muss sagen, ich habe ziemlich gelacht, da wird man auf so eine primitive Weise, wird man da schon sehr unterhalten. Also das ist halt wirklich, das ist schon irgendwie sehr absurd und auch wie Simon Peck das spielt, wenn er da auf einmal, also es gibt ja dann die Szene, wo so ein Patient mit einer Krankenschwester flirtet, dann rennt er in den Raum rein und bleibt in dem Patienten stehen und splattert ihn dann auf übelste Weise und ist völlig irritiert und ich muss sagen, ich fand das schon sehr lustig. Ja, ich glaube, mir hätte auch die erste Szene gereicht, also als er dann irgendwie wieder, er ist dann weg und die suchen ihn und er steht da ein bisschen verwahrlost in einem Raum rum, ist scheinbar nicht mehr ganz her seiner Sinne, wir haben schon eine Szene vorher mitbekommen, dass er Probleme hat, sich an Dinge zu erinnern, was einfach daran liegt, dass er quasi hirntot war und scheinbar sind nicht mehr alle Bereiche seines Gehirns voll zugänglich und er kann sich vor allem an Langzeitdinge erinnern, aber nicht mehr so an so kurzfristige Sachen und da sieht man schon, oh, er steht da verballert rum, wir schauen ums Bett, da liegt eine Leiche und er hat ein sehr blutiges, rotes Herz noch in der Hand, dass er gerade, wie es scheint, einer Person rausgerissen hat und dann ist klar, okay, A, er muss schon stark sein und B, irgendwie muss er auch hier hingekommen sein, ohne dass es jemand bemerkt hat und das war dann schon ein recht krasser Schockmoment, aber dann gibt es halt mehrere dieser Szenen mit einem Sicherheitsmenschen, noch Sicherheitsmann, dann ist auch noch diese Szene, wie gesagt, mit dem Patienten, wo den er plötzlich da tötet und das war mindestens eine dieser Szenen zu viel vielleicht, dann von mir aus mehr, in dem Fall ist er wieder da, Ryan, da kommen wir später noch drauf, dann mehr Ryan-Szenen, die, denke ich, sind nämlich gerade ganz wichtig. Eine Sache, aber es ist mir bei Ryan in dieser Folge, ich habe jetzt Original-Tungel gesehen, ist der Jürgen im Stimmbruch? Oder kann man mir das vorstellen, also der hatte doch so richtig stimmbrochige Stimme, ja klar passt das, aber ist beim letzten Mal nicht so aufgefallen oder war ich dafür taub? Das wäre ganz seltsam, die Stimme, also Stimmbruch halt, klar, nichts Wildes, aber es ist mir vorher nicht aufgefallen. Ich habe heute mal die deutsche Fassung gesehen, da fällt es mir nicht so auf, wie war das, bei der Englischen scheinbar war das relevant, ich habe die ersten da ja auf Englisch geguckt, da weiß ich nicht, da kann das der Fall gewesen sein. Ist dir was aufgefallen, Johannes? Ne, ich habe mit The Boys auf Deutsch angefangen und das ziehe ich jetzt auch durch, das finde ich jetzt so irritierend. Das ist ein Satz, finde ich gut, Johannes, nicht aufgeben, gut so. Und da, die Stimme ist glaube ich so geblieben. Ja, wie gesagt, das war kein Kritikpunkt, mir ist es halt nur jetzt aufgefallen, ich dachte, aber der müsste doch eigentlich in den letzten drei Folgen auch schon so geklungen haben, weil ich die ja auch im Original schon gesehen habe, aber naja, manchmal, wenn es halt heiß ist, hat man andere wahrnehmen. Na gut, Stimmbruch kommt und geht, ne? Ja, stimmt. Aber eigentlich fand ich die Szene ganz süß, als der Patient da die Schwester versucht kennenzulernen. Ich fand das im Moment, ich habe da irgendwie in den wenigen Sekunden, die sie hatten, eine gewisse Chemie wahrgenommen, also das fand ich eigentlich ganz cool. Schade, dass das so rüde unterbrochen wurde. Ja. Aber ehrlich, ich glaube, so sehr viel mehr habe ich gar nicht zu sagen, der Simon Peck ist halt dann noch ein bisschen hin und her, eine Menge Blut einfach tot und beide Mama und Sohn liegen sich wieder in den Armen und scheinbar sind die jetzt wieder Best Buddies. Ja, was halt eben aber interessant ist bei der Figur des Yui, ich meine, letzte Folge war es ja so, dass er ja mit A-Train Frieden geschlossen hat, dass er ihn verzeihen hat, was ja eine unglaublich wichtige Aktion für Yui war und auch für seine Figur und seinen Charakter. Und jetzt ist es ja so, dass er ja durchaus auch Mitschuld hat, nicht nur, dass wieder Unschuldige gestorben sind, sondern eben auch, dass sein Vater halt eben noch das durchmachen musste, weil, das sollte erklärt sein, der Vater hat den Leuten nicht gerne das Herz rausgerissen. Das war einfach nur, weil er seine Kräfte nicht kontrollieren konnte. Und ich weiß nicht, ob sie es aufgreifen werden, aber ich finde, Yui, glaube ich, könnte da jetzt wieder so eine Art neue Motivation erhalten haben, dass er halt nochmal diesen Kampf verstärkt. Weil früher war die Motivation ja, okay, Ward oder H-Man hat meine Freundin umgebracht und das ist ja jetzt quasi abgehakt, ja, und jetzt kann er vielleicht wieder noch mehr Motivation gegen Ward zu Fälle zu sehen. Das, finde ich, könnte ganz spannend werden. Wieso? Das verstehe ich nicht. Er hat doch, das, er wollte es spritzen, hat es nicht gespritzt. Jetzt hat seine Mutter das Ding gespritzt. Warum, dass die neue Motivation herkommt? Aber er hat sie mit ins Krankenhaus gebracht. Also er könnte sich immer noch eine gewisse Mitschuld geben. Also so würde ich die Figur des Yui halt einstufen. Also aus Selbsthass heraus einen Kampf gegen Ward führen? Durchaus. Also finde ich, also Yui, würde zu ihm passen, finde ich. Ich meine, der macht so oder so weiter mit, weil er zu The Boys gehört, aber ich, wie gesagt, letzte Folge mit diesem, okay, ich verzeihe dir, war halt für mich zumindest schon ein wichtiger Schritt. Das ist halt die Frage, ob sie noch was mit der Mutter machen, ne? Also ich, aktuell würde ich auch sagen, die Mutter ist jetzt einfach nur vielleicht jetzt so eine leichte, eine Person, die irgendwie im Hintergrund ihn ab und zu unterstützt. Falls tatsächlich noch rauskommt, dass sie irgendwie noch mit Ward unter einer Deck steckt, dann Hut ab, weil dann ist sie wirklich eiskalt. Ja, das, weißt du, das ist so ein typischer Moment so für die Post-Credit-Szene der finalen Staffelfolge. Weißt du, dass du sie dann irgendwie dann siehst und dann geht sie in ihr Handtäschchen oder so und holt dann irgendeinen Beilsender irgendein Handy raus und telefoniert mit Stan Edgar oder so, die werden ja gleich noch kommen. Das wäre alles möglich. Das stimmt. Wir sollten ein Report machen. Ich denke. Wobei meine Predictions vom letzten Mal relativ falsch waren alle. Naja, dann haben wir Firecracker vor der Kamera sitzen, die nochmal ganz genau erzählt, wie das da mit Annie gewesen ist. Ja, und Annie, die läuft durch ihre alte, wenn man so will, Wahlzentrale, weil sie sich nämlich jetzt auch damit beschäftigen muss, dass da, dass sie halt ausgeflippt ist. Dass sie ihre Emotionen nicht unter Kontrolle hatte und dass sie Firecracker auf der Bühne vor laufender Kamera ordentlich auseinandergenommen hat. Und dass Ezekiel tot ist und ja, da muss sie halt so ein bisschen stoisch weinend durch ein dunkles Haus laufen. Vielmehr sehe ich da jetzt auch nicht drin. War da für euch noch irgendwas Entscheidendes da, was man vielleicht mal auseinandernehmen müsste? Also rein von der Theorie her finde ich das eine super gute Szene, weil ja damit eigentlich thematisiert wird, dass dieser Hass in den Worten, den ja Firecracker und halt diese Homelander Bewegung bedient, halt sich auch in Taten ausübt. Also das fand ich irgendwie schon gut gemacht, auch wenn es natürlich auch wieder nicht sonderlich subtil ist, aber das ist ja die gesamte Serie nicht. Es ist halt irgendwie schade, dass das sonst in dieser Folge kaum eine Bedeutung hat. Also es ist halt eine, diese kurze Szene und sie ist irgendwie schockiert, was jetzt passiert ist und dann geht es halt mit was ganz anderem weiter. Ja, also mir war schon irgendwie klar, dass sie ein paar Sachen aus der letzten Folge nicht aufgreifen werden, dass sie vielleicht dann für Folge 6 aufsparen. Man merkt ja auch zum Beispiel, dass es deutlich weniger Homelander in dieser Folge gibt. Ich meine, wir kommen zu dem gleich noch und das ist auch nicht unwichtig, was er macht. Aber ich hatte schon auch, wie gesagt, so ja, jetzt ist mal wieder Zeit, dass wir uns jetzt wieder halt dem Yui und seinen Vater kümmern und das dann mal abhaken. Also mir hat auch so ein bisschen so die Fokuspunkte, nicht missfallen, aber nach dieser vierten Folge hätte ich mir jetzt schon ein paar mehr Antworten gewünscht und vielleicht auch ein bisschen mehr, ja, mehr Fortschritte. Insgesamt muss ich zu der Folge sagen, die war gut, aber ich würde sie nicht zu meinen Favoriten zählen. Und das Ganze hier mit Annie war auch so eine Sache, wo ich dachte, ja, mach das richtig oder lass das sein. Ich hätte kein Problem gehabt, wenn sie gesagt haben, wir lassen es jetzt in der Folge mal eher raus und machen es dann richtig in der sechsten. Annie kann uns in der Folge halt präsentieren, dass sie scheinbar nicht ganz auf der Höhe ist. Sie hat ein Aggressionsproblem, sie bricht dann aus, sie hat ihre Kräfte nicht unter Kontrolle, also so gar nicht unter Kontrolle, kann sie also nicht gezielt abrufen. Deswegen ist es natürlich einfach auch emotional, wie gesagt, sehr belastet und das ist so ein bisschen das, um das es hier jetzt gehen soll. Wie in Spider-Man 2, ne? Mal gucken. Wie in Spider-Man 2. War das nicht auch in Spider-Man 2, wo Peter Parker wegen emotionalen Problemen seine Spinnkräfte nicht komplett unter Kontrolle hatte? Ich meine ja. Könnte ich jetzt nicht ausschließen. Schreib's in den Kommentaren. Du meinst aber den Spider-Man 2 mit hier, äh, Tobey Maguire. Genau, genau, der Gute, mit Tobey Maguire und Alfred Molina, genau. Schreib's in den Kommentaren. Ja, weiß ich nicht. Nächste Schöne, nächstes Glück. Wir sind im gemeinsamen Haushalt von, also nicht kein gemeinsamer Haushalt, im Haushalt von Monique, der Ex-Trau von Mothers Milk und ihrer Tochter. Die hat scheinbar in der Schule ein bisschen rumgeprügelt und ihre Erklärung, warum sie das eben physisch lösen musste, das Problem, und nicht mit Rhetorik, so wie wir guten Väter das eigentlich versuchen beizubringen. Erklärt sich damit, dass ja hier, Papa, du machst das ja letztlich auch, du haust Leuten ja auch auf die Nase und deswegen scheint das ja schon ganz gut zu sein. Was soll ich sagen, was zu beweisen war. Irgendwie ist diese Szene aber nur ganz kurz und auch nur Setup, also passiert genau gar nichts mehr mit, mit diesem Ansatz und auch gar nichts mehr mit der Ansage, hier, lieber Papa, von meiner Tochter, jetzt klär das mal. Wie auch immer der das klären soll, also ich weiß ehrlich gesagt genau, worauf das hinauslaufen soll, kriegen wir in der nächsten Folge eine gemeinsame Szene, wo man sich mal über Gewalt unterhält, keine Ahnung. Auch das so eine Szene, weiß ich nicht, wie schlau das war, die jetzt genau hier einzubringen. Ja, ich glaube letztlich ist sie dafür da, halt nochmal diese Ambivalenz halt aufzuzeigen, in der halt vor allem mal was Milk halt steckt, der ja wirklich immer versucht, so friedfertig wie nur eben möglich, also seiner Tochter gegenüber, aber halt in seinem Job halt einfach mal, wer wirklich Leute umbringt und Zubs und Leute verletzt und das soll es vielleicht nochmal rauskristallisieren, aber ich muss auch sagen, diese ganze Szenerie hätte ich nicht gebraucht, aber gut, sie war drin und so be it. Was sagst du, Johannes? Ja, es ist halt, ich finde auch, es wirkt so ein bisschen so nach dem Motto, wir müssen jetzt mit der Figur noch was machen und so ein bisschen was anderes darstellen. Also in der Theorie finde ich das eigentlich auch gut zu zeigen, abseits dieses Lebens, also irgendwie Homelander fertig zu machen und Wort zu besiegen, das ist ja eigentlich ein scheiß Leben. Wir sehen das jetzt als Publikum und freuen uns darüber, weil es cool ist, aber den Charakteren, den geht es ja allen eigentlich scheiße. Und irgendwie das nochmal zu zeigen, das normale Leben bleibt völlig auf der Strecke, das ist ja auch mit Frenchie so und Kimiko, da ist ja auch, da läuft ja im wahrsten Sinne des Wortes gar nichts mehr und die Beziehung ist völlig kaputt. Und ich finde, dafür ist es schon gut, aber es wird irgendwie nicht genug, also das wird halt nicht genug thematisiert, um sich damit irgendwie ernsthaft auseinanderzusetzen. Ja, nächste Szene. Butcher. Sorry, aber das ist das leidenschaftsloseste Recap aller Zeiten bislang. Es stimmt schon, ja, ja. Es ist so eine Auseinanderreihung und ich versuche es ja dann, ich glaube, wenn wir auf die Farm kommen, dann sind wir ein bisschen mehr im Flow, aber ich möchte natürlich auch nichts überspringen. Ich glaube, das Problem dieser Folge ist doch so ein bisschen, also ich finde, die ist zum Teil sehr lustig, was du, du hast auch gesagt, es gibt so ein bisschen Stillstand, also für die große Handlung passiert eigentlich kaum was, außer am Ende von der Farm-Storyline, weil der Rest ist eigentlich für die große Handlung noch irrelevant. Wir sehen mal auch wieder kurz Sister Sage, aber da passiert ja auch nicht groß neu. Ja, da wird ja zum Beispiel auch nur wieder so aufgezeigt, so ja, dass sie vermutlich A-Train halt im Blick hat, wegen diesen Anschuldigungen, dass es halt einen Maulwurf gibt. Und ja, aber ich gebe dir da auch wieder recht, es ist schon, also es passiert wirklich insgesamt dann recht wenig. Es gibt am Ende der Farm-Folge, da kommen wir dann gleich noch zu, auch eine, gibt es sogar zwei Sachen, die ich für wichtig halte. Bleib dran, es wird spannend. Es wird nämlich endlich spannend, ja. Also wenn es schon nicht spannend ist, dann wird es lustig. Ich fand den Gag total lustig, warum, also Butcher beschwert sich, dass sie jetzt hier draußen in der Kälte sitzen müssen und sich scheinbar über diesen Virus unterhalten, den wir aus Gen-V kennen in der Serie. In der Folge ist erstmals Gen-V mehr oder weniger relevant, weil auch später Figuren einen Auftritt haben. Aber dann gibt es einen tollen anderen, wirst du gewitzt, den ich jetzt nicht vorwegnehmen werde, der ist sehr anzüglich, wo man sich hätte auch treffen können. Das war total lustig. Ja, vielleicht auch einfach nicht. Und anzüglichen soll klar machen, dass Joe und Billy, woher auch immer die sich genau kennen, zumindest sehr gut verstehen und eigentlich aus demselben Holz geschnitzt sind. Ja, ja, genau. Und dazu dann, naja, genau. Das ist ein sehr aus dem gleichen Holz geschnitzt. Sehr. Ich muss allgemein sagen, ich finde, diese Folge kriegt diese Punchlines und die Sprüche von Butcher fand ich richtig lustig. Also, wie häufig er seine üblichen Catchphrases hier wieder raushaut und die richtig bissig sind und auch natürlich wieder völlig grenzüberschreitend, fand ich sehr gut. Geht das auch so? Ich muss ehrlich sagen, für mich war es halt Butcher. Also, ich muss sagen, ich habe da jetzt von der Qualität und der Quantität seiner Flüche jetzt keinen großen Unterschied festgestellt. Also, ich finde halt, dass die Figur für mich halt vor allem durch ihre Ausstrahlung, also durch die Präsenz von Karl Neuer, bin ich überzeugt. Und ich muss sagen, ey, der könnte auch die ganze Zeit total nett sein und sagen, Tüdy, ihr Lieben, es wäre mir, glaube ich, egal. Also, diese, diese, sein, das ganze Zeit, dieses Kant oder so, das, ja, ist für mich tatsächlich nicht so aufstarkgebend für die Figur jetzt, also für Butcher. Tatsächlich ist es die Fresse von Karl Neuer. Die auch einfach großartig ist. Man sieht ja auch echt immer mehr, finde ich, wie kaputt der inzwischen auch ist. Also, wenn wir uns die Augen anschauen, das ist einfach eine kaputte Figur. Ich finde das ja spannend, wie man das schminkt oder das anstellt, dass Augen, naja, halt rot geschminkt sind. Also, wird das irgendwie, wird das gereizt, kurz vor der Aufnahme oder so? Also, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir müssen das machen. Kontaktlinsen, dann natürlich, du kannst es auch digital relativ einfach, glaube ich, machen. Also, es gibt ja doch diesen Fakt, dass bei, wenn du bei Walking Dead Zombies siehst, das ganz viel CGI daran steckt, dass die nicht blinzeln. Also, das gibt mehrere Möglichkeiten. Oder aber man hat einfach zehn Minuten vor der Aufnahme einfach Karl-Albany Augen gepikst. Das kann natürlich auch sein. Klatsch, das ist am wahrscheinlichsten. Ey, das habe ich jetzt für mich, das habe ich jetzt gefunden. Ich folge jetzt auf Instagram ganz vielen neuen Leuten, unter anderem Menschen, die sich die Augen tätowieren lassen. Also, diesen weißen Augen-Eye-Ball. Ja, wer macht das? Oh, das ist widerlich. Sorry. Alter, Alter, Alter. Leute, lasst das sein. Das ist erstens gefährlich und zweitens nichts gegen euch. Ihm lasst sein, aber es ist doch pottenhässlich. Also, sorry. Das gibt es in Grün, in Türkis, in Schwarz. Okay, Schwarz könnte ich gerade. Du hast alle Sachen gesehen. Ja, absolut. Das ist doch zeitlos. Naja, aber das vielleicht mal in einem anderen Recap. Ja. Und nun sind wir immer, das ist ja auch immer spannend. Wie heißt denn dieses Haus, in dem eigentlich diese Boys-Zentrale ist? Das ist ja ganz geil. Dieses Dinnerhaus, was wir auch schon gesehen haben bei John Wick zum Beispiel. Das Hotel ist da, glaube ich, drin. Wie heißt denn das in New York? Dieses Dreieckhaus. Villa Kunterbund. Ich weiß es auch nicht. Villa Kunterbund. Also, es ist mega bekannt, dieses Haus. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Ja. Kimiko ist wieder am Start. Franchi und auch Annie. Und sie unterhalten sich über ihren Alltag und wie es ihnen so geht. Und schnarch. Weil alle haben jetzt irgendwie ein bisschen ihre eigenen Probleme. Das haben wir jetzt also mehrfach rausbekommen. Alle haben so ihre eigenen Geschichten gehabt im Laufe der letzten Folgen. Und jetzt kommt das irgendwie so ein Stück weit zusammen. Wir müssen merken offensichtlich, dass Franchi und Kimiko sich nicht mehr so unterhalten gerade. Und das ist schon noch irgendwie, weiß ich nicht, danke, ganz gut. Franchi nehmt Drogen, was auch sonst. Das hat er zeitweise nicht so intensiv gemacht. Das ist also jetzt eine ganz besonders schwere Phase für ihn. Und er entdeckt seinen katholischen Glauben wieder. Auch das wieder so eine Information. Habe ich nicht gewusst, dass der eigentlich ja so ein richtiger Katholik ist. Wer war doch früher mit dieser Russin viel zusammen? War das irgendwie so ein orthodoxes Ding oder so? Wissen wir da irgendwas zu seiner religiösen Einstellung? Boah, das ist eine gute Frage. Wenn, dann habe ich das komplett vergessen. Also das, also da, da klingelt jetzt nichts bei mir. Ich habe jetzt auch die ganzen Vorgangstaffeln auch jetzt nicht mehr nachgeholt, weil ich habe ein Leben. Ähm, aber, ja, das war so der Sokratur. Ich meine nicht. Du weißt halt irgendwie, ja, also das, ganz ehrlich, diese ganze Szenerie in diesem Boys-Hauptquartier. Du hast Kamiko oder, äh, Komik, wie heißt die jetzt nochmal? Kimiko. Kimiko, dankeschön. Wie der irgendwie mit dem Messer so live Stinks in den Tisch reinritzt. Daneben hast du halt Frenchie, die sich vor allen Leuten in die Nase Koks zieht und dann so Gedankenverlust und diesen Rosenkranz streichelt. Dann hast du dann noch hier Mawas Milch, der gerade eben auch Probleme hat. Es war so, also, ich fand die Szene amüsant. Nicht, weil sie amüsant sein sollte, sondern nur, weil sie für mich repräsentiert, dass in der Folge so ein bisschen halt dieser Stillstand einfach herrscht. Vielleicht auch, weil sie in der letzten Folge, die ja wirklich sehr gut war, sehr viele Sachen aufgemacht haben, aber jetzt in dieser einen neuen Stunden es nicht schaffen, die alle zu behandeln und so sitzen die einfach da. Du kriegst nochmal so gezeigt, so, denen geht's gerade echt nicht gut und dann, okay, mehr dann vielleicht nächste Woche. Also, ich fand diese ganze Szene echt böse. Kaputsche erzählen halt vom Virus. Das ist halt neu. Dass der Virus jetzt da ist und wo er herkommt und dass er da scheinbar irgendwie die Möglichkeit hat, ranzukommen. Und dass die Newman den jetzt aber hat und so. Darum geht's ja. Das haben wir, das ist die neue Information, es wird quasi die eigentliche Handlung dieser Folge jetzt nach circa 10 Minuten Handlung, ähm, etabliert und klar, irgendwie gibt's jetzt scheinbar ein Virus. Wir werden kurz abgeholt, wofür der da ist, wo der herkommt, wer ihn gerade hat, weil das sind all die Informationen, die wir nicht haben, wenn wir Gen V nicht gesehen haben und das wird hier letztlich etabliert. Schön. Ja, hier steht nämlich auch genau im Trivia nämlich drin, dass Zuschauer von Gen V werden sich daran erinnern, dass Butcher in der Zwischenszene im Finale der ersten Staffel von Gen V in einem geheimen Gerdolken-Labor auftauchte. The Woods, wie das Labor genannt wird, ist der Ort, an dem Dekanin Indira Shetty Dr. Cardoza eingesetzt hat, damit er einen Virus entwickeln kann, der Subs tötet. Und das war sicher lang für, ja, es gibt ein Virus. Geil. Und dann geht's los. Dann haben wir noch einen Trailer von Firecracker. Kurz und nett und knapp. Ja. Und nachdem diese ganzen Szenen beendet sind, sind wir endlich in einer Szene, die vielleicht, und da musst du mir mal auf die Sprünge helfen, dass du für Leute interessant sein könnte, die diesem Break-and-Bat-Universum ein bisschen mehr gefolgt sind als ich, denn wir sind in einem Knast. Und wir sind in einem Knast, in dem wir jemanden wiedertreffen, den wir lange nicht gesehen haben. Die Rede ist von Giancarlo Esposito. Nee, den hab ich jetzt bei Maxine das letzte Mal gesehen. Den geht's gut. Okay. Aber gab's mit dem bei Breaking Bad, gab's mit auch Knastchen mit dem, oder? Äh, nein. Nicht? Nein. Okay. Der hat's nicht in den Knast geschafft. Erzähl doch mal, was machen Mother's Milk und Billy Butcher eigentlich da mit Stan Edgar? Naja, Stan Edgar war ja quasi früher der Big Boss von Wort. Das ist jetzt diese Victoria Newman und sie war ja auch lange so die Schülerin von Stan Edgar und die Boys hoffen sich jetzt halt eben von Stan Edgar, der von Newman selbst ausgebotet und hinter Gitter gebracht worden ist, dass er vielleicht ihnen helfen kann, wo sie ein bisschen mehr Informationen zu diesem Virus bekommen. Und ja, Stan Edgar hat Informationen und es kommt dann letztlich dazu, dass er eine Fußfessel bekommt mit so einem Piepsting, damit man weiß, wo er ist. GPS hat man das Wort, was ich gesucht habe. Und dann begeben sie sich zusammen eben zu dieser Farm. Sag mal, die kriegen den doch damit auch, dass sie ihm ein Stück weit damit locken. Hier, du kannst deine Enkelin quasi großziehen, aufwachsen, sehen, bla. Ähm, ich wusste gar nicht, dass der mit der Enkelin einen engeren Draht hat. Also ich mein, als der ins Gefängnis gegangen ist, dürfte die auch noch nicht so alt gewesen sein. Ich dachte, mir war mir gar nicht klar, dass die da schon irgendwie dessen Leben eine großartige Rolle gespielt hat. Nee, mir auch nicht. Aber Stan Edgar, so von der Figur her, war mir auch relativ klar, der wird das nicht nur für seine Enkelin tun, sondern hauptsächlich auch für sich, dass da noch irgendwas jetzt vorfallen wird. Und wir wissen ja am Ende der Folge, dass es da auch wieder sein könnte, dass Stan Edgar vielleicht in Zukunft wichtiger bleibt oder wird oder vielleicht nie wieder auftaucht. Das ist natürlich auch eine spannende Frage. Ich finde, der spielt das ganz gut. Also ich glaube, ich sehe dem gern zu, dem Giancarlo. Lieber Johannes, wie findest du den eigentlich? Was hältst du von der Figur? Und findest du auch, dass der in einem guten Anzug echt gut aussieht? Ja, das wird ja auch in der Folge kommentiert. Also die Figur an sich und vor allem hier fand ich sie jetzt nicht sonderlich spannend, aber die funktioniert halt, weil Giancarlo Esposito halt diesen fiesen, diesen überheblich intelligenten Schurken super gut darstellen kann. Also ich finde, es geht so ein bisschen in Richtung Christoph Waltz. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich weiß nicht, dass er braucht auch mal andere Rollen, weil in Mandalorian hat er eigentlich auch genau die gleiche Figur gespielt. Weil der war halt auch so ein wissender, intelligenter, bisschen diabolischer Antagonist. Und das spielt er hier halt auch. Aber es macht er halt einfach richtig gut, ne? Also jede Szene mit ihm ist halt cool. Und wie du sagst, der Anzug, der sitzt. Das tut er. Ja, er will sich nicht auf den Sitz setzen vom The Boys Truck oder Transporter. Ja, hat so ein bisschen auch immer irgendwie A-Team-Vibes für mich, wenn die mit so einem Ding vorfahren. Weiß nicht. Ja. Und wir sind dann, springen wir mal ein bisschen hin und her, endlich auf der Farm. Und das ist nicht irgendeine Farm, das eine ist der vielen Häuser, die der natürlich so hat. Und da hat er scheinbar, das hat er nicht viel genutzt, da ist die Newton, seine Ziehtochter, hat sich wohl Zugang zu dieser Farm verschafft, um dort geheime Experimente machen zu lassen. Wie weißt du, was für Experimente sind das denn gewesen? Vibriert da irgendwas? Vibriert da irgendwas? Ich wollte irgendwas anzügliches sagen, aber es klingt irgendwie doof. Wobei, es gibt ja noch eine Szene bei Bord mit Vibration. Aber es gehört ja nicht. Doch, es gehört ja hin. Was sage ich? Das riecht ja hin. Bluetooth. Ja, was genau die experimentiert haben, kann ich dir gar nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, meine Mutter hat selbst Hühner. Und ich kann dir sagen, dass das, was da im Hühnerstall passiert, ist sehr unrealistisch. Das passiert in einem gut geführten Hühnerstall nicht. Also irgendjemand muss diese Hühner echt mit Experimenten verkorkst haben, denn das sind ja keine Hühner, das sind ja Killertorpedos. Und das war auch, glaube ich, mit der Szene, wo ich dachte, ey, das ist ja an und für sich super lustig, aber es beißt sich für mich halt zu sehr mit den emotionalen Kernen der Yui-Story, die ich da zwischendrin halt immer wieder gesehen habe. Butcher ist, glaube ich, der ist tierlieb, oder Johannes? Ja, das ist tatsächlich irgendwie eine ganz schöne Szene, die Kimoko auch dann ja mit der Mimik kommuniziert, weil er halt so ein kleines, ich glaube Kaninchen, ich kann irgendwie Kaninchenhasen und andere ähnliche Tiere nicht so gut auseinanderhalten, halt aus einem Käfig befreit. Und das ist ja doch irgendwie so eine Szene, ich meine, das wird ja auch später kommuniziert, dass Butcher halt ein Arsch ist, aber es ist halt ein Arsch mit Herz. Ja, und was euch auch wichtig ist, dieses Kaninchenhasen befreit, das endet ja dann doch tot, weil es vermutlich dasselbe Ding im Körper hat, was auch Butcher im Körper hat. Auch da gibt es ja wieder so, dass man sagen könnte, okay, Butcher sieht gerade quasi, was ihm selbst widerfahren wird. Oh. Ja, und vor allem kriegen diese Tiere da in diesem Labor, das werden ja schon vermutlich Hasen und ähnliches Tier gewesen sein. So ein grünes V gespritzt, da steht Temp V drauf auf der Anzeige und ja, ja, ich sehe gerade im Trivia, dass dieses Kaninchen sogar einen Namen hat. Bam, Mr. Fuzzy Buzzy, das ist ein Name, der aus den Comics stammt, nur damit ihr es gehört habt. Cool. Hier erfahrt ihr alle wichtigen Informationen, die ihr dringend braucht. Das mag ich so an Amazon, die nehmen die Fans von The Boys noch ernst. Der Name stammt von dort und in den Comic-Häften war Mr. Fuzzy Buzzy, ein Vielfraß, der den Präsidenten tötete. Weißt du Bescheid? Ja. Und scheint, also ich bin mir nicht ganz im Klaren, ob man hier einfach nur diesen Viechern Kampo und V gespritzt hat, um die zu Superviechern zu machen, oder ob man hier das gemacht hat mit dem Ziel, die danach mit dem Virus sie infizieren. Zweiteres wird vermutlich der Fall gewesen sein, weil Newman hier ja Forschung anstellt. Also ich hatte so was, dass die einfach da halt Kampo und V halt erforscht haben oder experimentiert damit haben und eben dabei noch so ein Tier Kampo und V halt als ausprobiert haben. Denn so eine Superlessie, warum nicht, das wäre ja auch bestimmt gut vermarktbar. Gut, Hühner, die Leute zu durchbohren, ich glaube, das kommt nicht so gut an. Ich habe gerade mal parallel nachgeguckt, also Temp-V ist halt eine modifizierte Version von Kampo und V und wahrscheinlich experimentieren sie erstmal mit den Tieren rum, bis das irgendwie stabil ist, um es dann ja wahrscheinlich auch irgendwann an Menschen auszuprobieren. Ist so ein bisschen wie beim Teleschamtisch, wir haben ja auch zuerst mit Hühnern und Kaninchen angefangen, bis wir dann irgendwann Menschen angeholt haben. Aber wir haben noch viele Schweine in der Redaktion. Ja, das stimmt. Was mache ich hier? Oink, oink. Dann kriegen plötzlich irgendwie alle kurz Nasenbluten und Newman tritt ein. Also es ist natürlich ein cooler Auftritt, aber auch ein bisschen sinnlos, dass man seine Gesprächspartner erstmal auf dem Kopf bluten lässt. Ja, damit ist die Familie wieder zusammen, man tauscht sich ein bisschen aus, man macht ein bisschen Party, also geht im Sinn, da geht es im Austausch. Hier, du hast mich verraten. Nein, du hast mich verraten, aber ich habe noch eine Tochter und die will ich aber auch haben. Und ja, keine Ahnung, wir sehen das halt dann unsere hier, also Annie, dass sie halt ihre Kräfte nicht benutzen kann, mega unpraktisch. Ja, dann sehen wir noch ein bisschen Trailer-Krams und dann finde ich das eigentlich völlig egal, ich habe überall schon darüber gesprochen, wir können uns eigentlich jetzt direkt auf die Farmszene konzentrieren, meines Erachtens, weil wir die ganzen Punkte mit auch Artificial AI schon angesprochen hatten. Auf Homelander kommen wir vielleicht später nochmal und dann sollten wir uns wirklich mal die Farmszene mal ein bisschen genauer angucken, denn dann gehen sie los, sie suchen nämlich jemanden, wen suchen die da eigentlich? Dr. Samir, der bei der Entforschung des Compound wie eine wichtige Rolle gespielt hat und der ja auch ein Verhältnis hatte zu Victoria Newman und der wird gesucht und den finden sie dann auch, der hat sich versteckt am Dachboden. Und ja, das muss man halt sagen, weil auf der Farm ist halt alles, was lebt und tierisch ist, will sie halt töten. Also zuerst die Hühner, dann ist es so ein Riesenbulle und dann kommen auch noch, ja, tollwütige, fliegende Killerschafe. Wer kennt das nicht, ne? Meck den Bock vor, Poma. Ich bin froh, in der Stadt zu wohnen auf jeden Fall. Absolut, nur Ratten, geil. Aber ganz ehrlich, ich meine, das ist ein gern genormer Kritikpunkt. Aber eben, also kommt, also musst du auch sagen, also ein paar der Effekt-Szenen waren nicht so geil getrickst, oder? Also gerade diese Schafe, die sahen schon, wenn die da rumfliegen, ich weiß nicht, das war, na. Hm, ja, gerade wenn die dann so das Maul aufreißen und so, da bin ich schon bei dir. Es war vielleicht nicht ohne Grund auch dunkel, währenddessen das Ganze gespielt hat. Denn wir bringen da scheinbar einen ganzen, mindestens mal Nachmittag und Abend dort. Und, ähm, aber auch dieser Bulle, ich glaube, der Bulle, der sah nur gefährlich aus, der war es ja, glaube ich, gar nicht. Also ich weiß nicht, ob der auch was abbekommen hatte. Das Compound Temp V, was auch immer, das muss irgendwie ins Grundwasser gekommen sein, haben sie gesagt. Und vermutlich hat das einen Teil der Tiere so infiziert. Das ist schon krass, wenn ich so ein Fläschchen da reinkippe, dass das dann dafür sorgt, dass da in dem Umfeld erstmal alle irgendwie steil gehen. Die Hühner waren ganz putzig, so, keine Ahnung. Und das war mir von Anfang an klar, oder wurde mir recht deutlich klar, wer da warum stirbt. Nämlich wirklich diese ganzen Statisten. Ja. Diese, ähm, die ganzen Bodyguards von Newman, dass die alle draufgehen und wer, dass der Rest halt nicht draufgeht. Das war schon sehr deutlich hier in diesen Szenen, finde ich. Ja, 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 das ist auch so eine Krankheit. Ich meine, das ist nicht nur bei den Boys so, aber es war so, die gehen auf diese Farben, du siehst so zwei, drei Security-Typen und dir ist klar so, ich glaube, dass wir uns in den nächsten zwei, drei Minuten von euch verabschieden müssen. Das sind die, die bei Star Trek halt ein rotes Hemd tragen würden, ne, und dann die Folge halt nicht überleben, ja. Und ich meine, es ist ja auch total klar, dass der Newman die Leute noch braucht, also die Boys, weil, wenn die halt überrascht hätte, ich meine, die kann ja jedem den Kopf platzen lassen, ne, das wäre ja kein Problem. Aber sie macht ja gar nichts, ne, außer halt Drohnen. Von daher ist auch der Spannungseffekt so ein bisschen raus, so, braucht, oder sind die Boys wirklich in Gefahr? Ne, sind sie eigentlich nicht, weil wenn Victoria Newman wollen würde, dann wären ja eh alle schon längst tot. Wie findet ihr eigentlich, dass es von diesem Virus noch genau genug für eine Spritze gab und was man da mit dieser Spritze gemacht hat? Wie findet ihr das eigentlich? Bin mir dann noch sehr unsicher und gerade, weil wir wissen, wie es dann ja auch weitergeht mit dem Virus, irgendwie, weiß ich nicht, also ich glaube, ich finde es nicht, finde es uninspiriert, glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Johannes, wer hat das auf dich gewirkt? Also an sich verstehe ich das ja irgendwie, diese einfache Lösung des Virus, die so ein bisschen auszuschalten, finde ich in der Theorie gut, nach dem Motto, sie versuchen irgendwie eine Lösung zu finden, oh, die Lösung ist weg. Am Ende ist es aber ja so, dass sie den Dr. Samir halt kidnappen und damit, er soll dann halt den Virus weiterentwickeln, also eigentlich wird das ja nur verschoben und das ist ein bisschen schade irgendwie. Wenn, wäre es ja irgendwie tatsächlich eine Möglichkeit gewesen zu sagen, okay, dieser Virus, der ist komplett weg. Ich habe irgendwie gesagt, hätten die nicht auch einfach so ein totes Schaf nehmen können, weil da ist der Virus ja drin, aber scheinbar nicht. Ich habe keine Ahnung von Biogenetik etc. pp. Aber es ist schon ein bisschen schade. Also ich verstehe die Idee dahinter, aber die Umsetzung ist auch so ein bisschen, das ist auch so ein bekannter Trope nach dem Motto, oh nein, es gibt nur noch eine Spritze. Was machen wir jetzt damit? Wobei, was ja interessant ist, du hast ja wie gesagt, dass die Boys den Dr. Samir entführt, aber es ist ja letztlich nur Billy, der ihn entführt. Das stimmt, genau. Er hackt ihm ja einen Fuß ab, sagt, da legt der Fuß schön hin, damit alle glauben, oh, der wurde von diesen Tieren da zerrissen und gefressen und dann am Ende sehen wir ihn halt da in der Scheune und dann ist ja auch wieder der Kessler, gespielt von Jeffrey Dean Morgan mit dabei und es gibt halt, ich finde, es war schon in den letzten Folgen so, aber jetzt hier war es wieder so, ich dachte, okay, ich glaube wirklich, dass er sich den nur einbildet. Ich glaube, dass dieser Kessler einfach nicht existiert und was ich ganz spannend finde, es gab hier in der einen Folge zuvor diese Szene, ich glaube in der dritten Folge war es mit Homelander im Spiegel, wo du halt diese, seine Charaktere aufgespielt hast, ne, in diese einzelnen Spiegelfragmente. Ja. Ey, warum hast du mir den Fuß abgeschnitten? Und natürlich auch wir, was meint er mit wir? Also, es ist noch nicht bestätigt, aber ich für meinen Teil halte es für sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass dieser Joe Kessler eigentlich nur in Billys Kopf stattfindet. Das finde ich, das ist eine sehr gute Idee. Sehr schlüssig dargelegt auf jeden Fall. Können wir jetzt eigentlich nichts gegen sagen, ne? Boom, gewonnen. Haha. Ich meine, aber auf der anderen Seite, das ist halt, das ist halt so klassische Taktik mit so imaginären Figuren, ne? Ich könnte diesen Eric Kripgrill, also dem Showrunner von The Boys oft zutrauen, dass wir in der nächsten und übernächsten Folge dann erfahren, ach nee, den gibt's ja wirklich. Wie diese eine Simpsons-Episode, wo alle glauben, dass Homer sich diesen Typen eingebildet hat, aber dann gab's diesen Typen wirklich. Ähm, aber wie gesagt, ich fand jetzt in dieser Folge war es irgendwie für mich sehr prägnant, dass dieser Kessler vielleicht wirklich gar nicht existiert, weil auch wie krass der im Gegensatz agiert zu der Frau, Becker von Butcher, ne? Becker ist ja immer, versuch doch mal, ne? Bleib ruhig, versuch doch mal jetzt mal zu reden und der Kessler ist ja, schneid den Fuß ab, alle rumbringen, ja, cool, motherfucker. Ja, das meintest du vorhin mit aus einem Holz, ne? Genau. Das ist halt wirklich, ja, interessant. Ich find das ein sehr guter Ansatz, hab ich noch nicht drüber nachgedacht und ich find das total toll. Dankest du. Hast du gehört, Johannes, so geht das. Okay, Pressure is on. So, wir haben hier noch einen kurzen Dialog, dann auch später wieder eine Zentrale von Ward zwischen Firecracker und Sister Sage, die sind scheinbar auch nicht zwangsläufig beste Freundinnen. Ja, ich glaub einfach, das ist das Hedges Ding, einfach sich mit jedem irgendwie so ein bisschen anzulegen und irgendwie schwierige Fragen zu stellen. Ja, weitere Szene auf der Farm, Junge, 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 das wollten wir nicht alles nochmal im Detail besprechen. Ich glaub, das ist irgendwie so eine Folge, die profitiert nicht davon, dass die Folgen wöchentlich veröffentlicht werden. Ich glaub, wenn man das am Stück guckt, dann wär diese Folge völlig in Ordnung. Ja, glaub ich auch. Aber so ist es wirklich so, also ich glaube, als einzelne Folge, hätte ich's gut gefunden, hätten wir nur die Farben gesehen und sie wären mit der Farm all in gegangen, mit diesen verrückten Tieren. Aber so gibt es dann immer diese Zwischenpausen, die, glaub ich, wenn man die ganze Staffel guckt, ist das super gut, weil immer so ein bisschen Progress kommt, aber hier alleine wirkt das nicht so gut, oder? Ja, also geb ich dir vollumfältig recht und damit willkommen zurück im Team. Du hast dich wieder rehabilitiert. Nee, aber es ist wirklich so. Also, oder auch stell dir mal vor, dass die zweite Folge gewesen wäre, bei der Erstveröffentlichung, wo sie die ersten drei rausgehauen haben. Dann wär's, glaub ich, auch nicht so aufgefallen. Aber jetzt, gerade dadurch, dass die vierte Folge, also für mich zumindest, so unglaublich stark war, fällt die halt wirklich schon recht radikal ab. Nicht, dass sie wirklich schlecht ist, weil man immer gucken muss, wie das im Gänze dann wirkt, wenn's komplett ist. Aber ich muss auch sagen, so, boah, also, das ist eine Folge, der tut so eine wöchentliche Veröffentlichung nicht gut. Ja, absolut. Und dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir uns jetzt mal kurz damit beschäftigen müssen, wie's jetzt eigentlich genau mit Ryan gelaufen ist. Also, der Ryan, der hat ja gleichzeitig gerade zwei Väter. Ja, und mal mag er den einen mehr, mal den anderen. Und ich hab so das Gefühl, langsam, aber sicher, funktioniert auch Homelanders Erziehungsstrategie. Denn es gibt hier einen Vorfall, wo Ryan mal so richtig den Macker raushängen lassen kann. Und er hat von seinem Vater auch mehrfach gesagt, du kommst hier, du stehst quasi überall, was willst du eigentlich machen? Und jetzt geht's nicht darum, welchen Burger du als nächstes essen möchtest, sondern um die Frage, mach dir nochmal langfristig Gedanken, willst du auch mit anderen Menschen umgehen? Und er scheint zumindest ein Stück weit hier auch auf Homelanders Schiene zu gehen. Und da sehe ich Sympathien und ich fand's trotz der, sag ich immer natürlich, der Abscheulichkeit, die da in der Szene steckt, irgendwie auch ganz putzig zu sehen, dass es hier auch diese Momente zwischen diesen beiden Figuren gibt. Das hat mir eigentlich, glaube ich, ganz gut gefallen. Johannes, wie wirkt es auf dich? Ja, Homelander versteht in dieser Folge halt, dass sich sein Sohn superunwohl damit fühlt, in diesem ganzen Medienkomplex mit Wort irgendwie eingebracht zu werden. Dann wird hier halt so eine, diese Teenie-Show angesprochen und Ryan ist damit überhaupt nicht glücklich. Und dann ist Homelander ja so vermeintlich offen, sagt so, ja, ich wurde ja auch manipuliert und das soll dir nicht passieren. Eigentlich manipuliert Homelander ihn natürlich dann trotzdem. Und ich fand auch, also diese Szene, man merkt halt, dass, also es ist irgendwie, finde ich, so zwiespältig, weil Homelander geht's hier aus seiner Perspektive wirklich so. Und ich glaube, er möchte irgendwie aus seiner verqueren Sicht wirklich das Beste für Ryan. Aber er will halt, dass Ryan so ein, ja, ne, also Homelander erwähnt ja auch das Wort Gott in Verbindung mit Zoops. Und ich glaube, da sieht er Ryan halt auch, ne, dass er die Menschen kontrolliert. Und diese Szene, wo dann eine Assistentin den Regisseur da fertig macht, war halt irgendwie lustig. Und man merkt halt schon, also Ryan, das sah zumindest aus, hat, findet die Gewalt auch ein bisschen geil, ne? Ja, wobei er sich ja für die Opfer auch Leute aussucht, die es in Anführungszeichen verdient haben, ne? Es sind ja wirklich so diese Arschkriecher, die er darunter macht, die es ja in Anführungszeichen, wie gesagt, verdient haben. Ich weiß halt nicht, ob Ryan das machen würde bei Leuten, also zum Beispiel, bestes Beispiel ist dieser Stuntman, der ja in der letzten Folge gestorben ist. Nimm es mal als Unruhe, ja? Das tat ja Ryan auch wirklich leid. Und der Stuntman war ja zu ihm auch immer nett und korrekt. Und jetzt diese Arschkriecher da von Wort, ich meine, die sind zwar nett, aber auf so eine ganz viele widerliche Art, die du, glaube ich, auch schon als Teenager oder als Kind spürst du schon, dass irgendwas stimmt da nicht. Von daher, ja, Ryan ist gerade, um für Star-Wars-Fans zu sagen, wandelt auf dem Pfad der Dunkelheit, ja? Also geht mir in Richtung Sith gerade, aber es ist, also, es gibt, ist noch nichts verloren, finde ich. Ne, aber es ist schon spannend, dass er für sowohl Botcher als auch für Homelander irgendeine Form von Sympathien finden kann. Also es ist nicht so, dass es hier glasklar dargestellt wird, dass er einen von beiden nicht mögen würde. Oder ständig Szenen kommen, wo man merkt, irgendwas stimmt nicht. Ne, ganz im Gegenteil. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn es dann irgendwann die Szene gibt, wo er sich entscheiden muss, dass es ihm wirklich schwerfallen wird. Ja, aber er agiert ja auch, glaube ich, in letzter Zeit wirklich entweder mit Botcher oder mit Homelander, oder? Oder könnt ihr euch erinnern, dass er mal eine größere, längere Szene und Unterhaltung mit jemand anderem hatte? Nicht wirklich. Also natürlich war der Regisseur bei der Anfangsszene mit dabei, als es um diese Serie ging, diese Teenage-Serie, schon. Ja, ist relativ. Also der wichtigste Gegenpart in den Szenen ist immer auch Homelander aktuell, oder eben Botcher, je nachdem. Cool. Und dann gibt es die Bügelei, und das war eigentlich auch genau alles, was man dann sagen kann. Außer, dass es dann natürlich noch die Seven generell gibt im Tower. Und Homelander kommt in den Tower rein, stellt sich den Seven und fängt an, einen großen Monolog zu halten, dass man hier jetzt vielleicht mal Nägel mit Köpfen machen muss. Und das fand ich alles ein bisschen kryptisch und irgendwie dann doch irgendwie eindeutig. Und ich fragte mich, was war A, jetzt die Motivation für diesen Gedanken, für diesen Monolog? Und B, was ist eigentlich neu? Also war das nicht das, was er in den letzten Folgen auch schon gemacht hat, wenn er zum Beispiel die Jungs in den ersten Folgen die Fenster verprügeln oder totprügeln lässt, für die anderen Seven? Also ich weiß noch nicht so genau, was ich davon halten soll, dass Homelander jetzt quasi gegenüber allen in den Seven revealed hat, was er eigentlich mehr oder weniger vorhat. Bin ich auch wieder so unschlüssig. Johannes, was meinst du? Was interpretierst du da? Ja, es wird so ein bisschen, als würde er seine Crew irgendwie auf den Krieg vorbereiten und will halt irgendwie gucken, ob da alle mitziehen. Ich weiß es nicht, also schon, wir Supes gegen die Menschheit und wir sind Götter und wir müssen alle kontrollieren. Also aus diesem Medienunternehmen soll, weiß ich nicht. Also es ist fast diese Rede des Bond-Bösewichtes, der sagt, ich will die Welt herrschaft. Oder? Ja, schon. Also es passt halt auch zu Homelander, weil für den gibt es ja wirklich nur Göttlichkeit oder gar nichts. Es war schon eine starke Szene, aber ich muss auch sagen, ich hätte mir nach den Vorfällen der letzten Folge dann noch vielleicht ein bisschen was Geileres, was Größeres gewünscht von ihm, weil das war dann auch wieder, ja so Homelander-Standard, würde ich sagen. Aber da kommen wir halt wieder darauf zurück, was Johannes gerade so perfekt sagte, wenn das jetzt ein Binge-Watch wäre, wäre es absolut okay, wäre es super sogar. Aber jetzt so als einzelne Folge betrachtet, mit den Erwartungen, die man natürlich hat, vor allem wenn die der vorgegangenen Folge so stark war, immer schwierig. Wollen wir jetzt immer diese andere Folge referenzieren, das ist aber auch so ein bisschen echt so aus dem Auge, aus dem Sinn, gell? Also ich meine, wir haben ganz am Anfang dieser Folge dann so ganz kurze Rückblicke, da sehen wir nochmal Homelander in diesem Ofen sitzen und sonst was für Dinge da passieren, aber nur ganz kurz, dann guckt er komisch verstört und ein bisschen stoisch geradeaus und dann ist es aber auch eigentlich komplett weg. Also ist denn die Erfahrung aus der letzten Folge für ihn dermaßen charakterentscheidend gewesen, dass er jetzt einen anderen Umgang zu seinem Sohn sucht? Ist der Umgang jetzt tatsächlich ein ganz anderer? Also denn so sehr viel anders wirkt er in den wenigen Szenen, die wir sehen, jetzt auf mich gar nicht. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das verpufft, was in der letzten Folge passiert ist. Auch dieses Gespalten der Persönlichkeitssinn mit dem Spiegel, das du gerade nochmal angesprochen hattest, das ist doch schon wieder irrelevant, oder? Ja, wie gesagt, das weißt du halt erst dann, wenn die Staffel vorbei ist. Ich glaube, dann kann man das wirklich final beurteilen. Jetzt so aus der Perspektive der aktuellen Folge, aus dem jetzigen Stand, gebe ich dir recht, verpufft das. Aber man weiß halt nicht, weil wie gesagt, er hat auch nicht so viel Screentime in dieser Folge. Im Gegensatz zu den letzten. Das ist jetzt wieder eine Folge, die deutlich mehr so auf diesen Wahnsinnscharakter eingeht, mit irgendwelchen abgefahrenen Action- und Splatter-Effekten. Das ist halt, wie gesagt, wenn ich dieser Folge etwas wirklich ankreide, dann, dass ich halt diese, meine geliebte The Boys-Balance einfach nicht richtig hin und hin bekomme. Ja, es bekommt einfach nicht genug Raum. Das ist halt, ne? Diese ganzen kleinen Sachen werden ganz kurz irgendwie angeteasert, damit es irgendwie auf dem Tisch bleibt für die nächste Folge. Wisst ihr, was ich auch noch nicht so ganz rausbekommen habe? Und zwar, warum von Jan V diese beiden Figuren? Das ist also namentlich sowohl Kate Dundab, gespielt von Maddie Phillips, als auch noch Sam Riordan, gespielt von Arthur German, mit Doppel-N aber, German, keine Ahnung. Da ist mir noch nicht so ganz klar, was sie da eigentlich verloren haben. Also ich verstehe, dass es da jetzt irgendwie eine Annäherung an den Wortkonzern gibt, nach dem Ende der ersten Staffel von Jan V. Wie, ich verstehe, dass die beiden in irgendeinem Film in diesem Universum auch mitspielen werden oder so. Ich verstehe aber nicht, warum die zusammen mit Tech Night dann oben in diesem Konferenzraum der Seven stehen, plötzlich da scheinbar gleichberechtigte Mitglieder einer Runde von nur großen Superheldinnen sind und dann sich natürlich auch direkt Homelander anschließen, also seine Rede da hält. Das ist mir echt ein bisschen unklar. Ist das der Weg, den wir sehen werden, wie mit den Jan V-Figuren umgegangen wird? Dass die jetzt einfach vermehrt hier bei The Boys unterkommen und wir eben keine zweite Staffel von Jan V sehen werden? Das würde mich interessieren und ich weiß auch noch nicht so genau, ob ich sie so spannend finde, dass die da jetzt dabei sind. Ja, letztlich ist es glaube ich einfach so, ja, es ist halt jetzt ein Franchise und da müssen die halt eben auch mal vorbeischauen. Das ist so ein bisschen traurig, weil im Prinzip machen sie ja das, was sie eigentlich mal kritisiert oder parodiert haben oder satirisiert haben, wenn es das Wort überhaupt gibt. Also ich, ich meine, ich habe Jan V die ersten vier Folgen gesehen und dann warum auch immer nicht weitergeguckt, nicht weil ich es scheiße fand, aber ich habe einfach nicht weitergeguckt. Und ich wusste, wer das ist, aber ich hätte es nicht gebraucht, wirklich gar nicht. Und bislang habe ich auch niemanden getroffen, der jetzt sagt, boah, Jan V war so geil, ich hoffe, dass da irgendwie deppliche Figuren in The Boys wieder auftauchen. Es ist halt, ich würde es abkürzen, dieser Auftritt, das war halt Business as usual. Also ich fand Jan V sehr, sehr gut, aber ich hätte diese Figuren hier tatsächlich auch nicht gebraucht, vor allem, wenn sie überhaupt keine Relevanz haben. Also hätte man was mit denen, kann ja noch passieren, das wissen wir nicht, was in den nächsten Folgen passiert, aber Stand jetzt würde ich auch sagen, sonderlich wichtig waren sie noch nicht. Und es wirkt fast ein bisschen so, würde ich jetzt auch irgendwie so zynisch denken, man baut diese beiden Figuren auf der einen Perspektive auf, damit man dann die anderen Jan V-Figuren vielleicht in der nächsten Staffel so ein bisschen aufeinander hetzen kann, wenn man das so sagen kann. Also Marie Moreau und Jordan Lise auf der anderen Seite ist ja die Frage, Andrew Anderson wird ja nicht auftauchen, weil er der Schauspieler gestorben ist, ja. Ja, mal schauen, was da noch kommt. Dann kommt auf jeden Fall noch der Versuch von Kimiko, wieder Kontakt zu French hier aufzunehmen, der wiederum kriegt das aber nicht rechtzeitig mit und meldet sich freiwillig bei der Polizei als Mörder. Ja, okay, da haben wir jetzt halt ein bisschen Trouble für die Storyline noch, für die nächsten Folgen. Dankeschön. Und damit sind wir eigentlich auch, glaube ich, durch mit den wichtigsten Punkten und Szenen. Wir hatten schon über Butcher gesprochen und auch darüber, dass der hier diesen Samir entführt hat. Woher kennen wir den Omid Abtavi irgendwoher? Den kenne ich doch irgendwoher noch. Ach, der hat auch mitgespielt bei Dings, ne? Bei Mandalorian. Ja, als Wissenschaftler, genau. Natürlich, die Rolle kann er scheinbar ganz gut. Und damit sind wir durch. Was vielleicht noch wichtig ist, was ja relativ spät am Ende der Folge passiert, es gab ja diese Storyline, dass innerhalb von Ward es einen Verräter gibt und dann wird ja Tech Knight da präsentiert als Verräter und das liegt ja scheinbar darin. Nee, 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 nicht Tech Knight. Nee, nee, der Moderator. Ach, ist das nicht? Ach, sorry, dann verwechsel ich die gerade. Genau, aber der Moderator. Und das liegt ja daran, dass A-Train mit der ehemaligen Chefin da zusammen dem was untergeschoben hat. Ja, ja. Ist die Frage, ob Sister Sage das auf dem Schirm hat oder nicht? Das weiß man ja irgendwie nicht. Ich glaube es halt schon, weil die, es gab ja diese eine Szene, wo sie mal wieder neben A-Train steht und ihn wieder so fragt. Und da es ja die intelligenteste Person der Welt ist oder das Universum, ist es für mich halt einfach schwierig zu glauben, dass A-Train es schafft, sie irgendwie zu überlisten, weil A-Train sich dann auch nicht besonders intelligent anstellt. Und ich finde, was sie so sagt und wegen, ja, wie kann es denn sein, dass das und das passiert, das klang für mich schon sehr deutlich nach, Alter, da muss jemand einfach sehr schnell gewesen sein. Wer von uns ist denn bitte sehr schnell? Weißt du eine Antwort drauf? Und A-Train so, keine Ahnung, schnell, keine Ahnung, ich backe. Von daher, ja, ich komme wieder auf dieses Problem zurück. Einzel betrachtet ist die Episode nicht so gut, auch nicht schlecht, aber ich kann dir nicht sagen, wie es halt aussieht, wenn die Staffel vorbei ist. Das Spannende ist halt, lässt sie das laufen, weil sie Homelander sabotieren möchte am Ende oder lässt sie es laufen, weil sie einen großen Plan hat und das dann trotzdem am Ende Homelander unterstützt. Und das bleibt ja noch völlig in der Schwebe, weil ich habe schon irgendwie das Gefühl, sie hat auch irgendwie eine eigene Agenda, die, glaube ich, nicht unbedingt kompatibel ist mit Homelander. Ja, vor allem, weil Homelander ja auch Leute unterstützt, die Sister Sage wahrscheinlich am liebsten irgendwo aufknüpfen würden. Voll. Also, oder aber sie agiert hier, wie war es bei der letzten Folge, was hat, was sozusagen Gott gleich der Chef Antin gesagt hat, so ein bisschen wie der Joker. Sie will einfach nur die Welt brennen sehen. Das kann auch sein. Voll, ja klar, weil sie so intelligent ist halt auch die Frage, ob das überhaupt, ob diese Dinge, überhaupt noch irgendeine Relevanz haben für sie. Ja, ja. Aber ich finde es halt, die Figur ist halt so wichtig aktuell, dass ich es schon ein bisschen schade finde, dass sie jetzt in dieser Folge, ich meine quasi, wir haben jetzt Halbzeit erreicht oder sind schon über die Halbzeit drüber, dass sie so wenig geben aktuell. Aber vielleicht ist es dann dafür so, dass dann nächste Folge dann sie wieder im Fokus steht, weil es muss halt irgendwas kommen. Weil wenn jetzt wirklich rauskommt, dass Atron es schafft, sie zu betuppen, das wäre schon arg seltsam. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ich habe den Vergleich mit Joker gebracht, ja. Ich bin ja, ich muss ja wirklich schlafen. Du bringst immer den Joker. Was möchten Sie trinken, Kaffee oder Tee? Was würde der Joker mehr? Ah, verrückt, sage ich mal. Verrückt. Und verrückt ist auch, dass wir es geschafft haben, jetzt hier von der fünften Ausgabe der vierten Staffel unser Recap für hier und jetzt auch quasi zu einem Ende zu bringen. Wir haben hier mehrfach schon eingestreut, wie unsere Eindrücke auch von der gesamten Folge gewesen sind. Und ich freue mich trotzdem darauf, vor allem erstmal die sechste Folge zu sehen und vielleicht dann eben die Staffel als Ganzes beurteilen zu können. Liebes Publikum, wir freuen uns auch wahnsinnig drauf, von euch mal zu hören, was ihr von der aktuellen Staffel The Boys haltet. Ich habe vermehrt jetzt gelesen, dass sie vor allem US-amerikanischen Menschen oftmals viel zu politisch ist. Das haben wir ja schon in den letzten Besprechungen zum Thema gemacht, dass das nicht zwangsläufig unsere Perspektive ist. Wenn ihr das anders seht, wenn ihr Interpretationsansätze, die wir gefunden haben, anders seht oder auch andere Dinge, über die ihr mit uns reden möchtet, zum Beispiel, was ihr lieber trinkt, Kiva oder Bier, dann könnt ihr das gerne machen, indem ihr bei uns vorbeikommt auf dem Community Hub. Der Community Hub ist ein Discord-Server, den findet ihr unter tele-stammtisch.de slash Discord. Da könnt ihr direkt joinen und mit uns in Interaktion treten. Meist haben wir da nur tolle Dinge zu erzählen. Außer es geht um House of the Dragon. Das ist total langweilig, aber das wisst ihr ja selber. Insofern, Stu, Johannes, habt ihr noch abschließende Worte? Ich wollte noch sagen, dass ich es sehr schön finde, dass wenn meine Theorie stimmen sollte, dass wirklich dieser Kester nur imaginär ist, dass es dann nochmal klarer wird, dass Butcher und Homelander quasi so sich gegenüberstehen. Weil dann hat jeder auch sein englisches Anteilchen. Bei Homelander ist es halt eben Homelander und bei Butcher ist es halt eben sein Ex-Kollege und seine Ex-Frau. Das ist mir gerade eben noch so eingefallen. Und diesen genialen Gedanken wollte ich jetzt nicht für, die nicht das Nichts verschwenden, sondern wollte es jetzt hier auf Tape aufnehmen, damit jetzt alle Leute wissen, wie unglaublich intelligent ich bin. Und ihr könnt mich buchen für Kindergeburtstage, ruft mich gerne an. Und ansonsten war es mir eine große Freude, hier wieder mitzumachen und wir hören uns spätestens nächste Woche. Tschüss. So intelligent und das ohne Compound wie. Krass. Johannes? Genau, dann würde ich sagen, seid vorsichtig, wenn ihr auf dem Land unterwegs seid. In der Stadt seid ihr sicher. Amen. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir weißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.